Leute, heute machen wir das Mode-Video. Wir haben euch das doch gesagt. Wir haben das bei... Bei Shein und H&M haben wir geshoppt, ne? Online. Wir beide. Ja, wir in den Urlaub und wir gehen bald in den Urlaub schon. Es dauert gar nicht mehr so, so lang. Genau, und wir wollen, also die Summer möchte euch gerne ihre tollen Klamotten zeigen, die du ausgesucht hast, ne? Ja. Ich kann auch gerne dann sagen, von wo das ist, ob Shein oder H&M. Und genau. Dann stellen wir einfach mal vor, ne? Ja. So, guck mal, mein neues Kleid. Genau, das ist schick, ne? Regenbogen-Look. Das ist sehr schick. Und jetzt? Was willst du jetzt machen? Neues Kleid? Ja. Hast du was Neues? Jetzt zeige ich euch mein neues Outfit. Und das ist mein neues Outfit. Genau, auch ganz schick, ne? Wir zeigen das nochmal gerade. Wir machen die Kamera ein bisschen zurück, zeig nochmal alles. Prima, zeig mal von hinten, dreh dich mal. Auch ganz schick. Das ist auch von Shein. Das erste Kleid war übrigens auch von Shein. Sehr schön. Von der Zeit, bis es hier war, waren ungefähr so 10 bis 14 Tage. Also es ging relativ flott dafür, dass es aus China kommt. Ja, genau. Und jetzt willst du noch was Neues zeigen? Mal von H&M? Das ist das neue Outfit, ne? Das ist einmal von H&M. Eine Shorts, eine helle. Und ein tolles Oberteil in Orange. Willst du einmal drehen? Ich mag Orange, weil ich weiß der Haar. Ja, die Amy. Ich mag am liebsten Pink und Lila. Genau. Violett. Das ist auch schön, ne? Sehr schick. Gut, und jetzt? Noch was Neues? Ja. Was hast du jetzt? Ein Jumpsuit, ne? Einmal drehen. Langsam. Dann sieht man es besser. Ist auch ganz schick. Ein schwarzer Jumpsuit. Mit einem Arm, ne? Der ist schön. Der ist auch von Shein. So habe ich gemacht? Nein, weil mir nichts umgefallen ist. Dann bist du umgefallen. So, Frau Summer, mit der Summer Closes. Mit den Summer Closes. Das ist auch von Shein, ne? Relativ kurzes Top mit Shorty. Sehr schick. New York. Brooklyn. Wie gefällt dir das? Gut? Brooklyn? Brooklyn. So heißt einer bei den Dienern. Brooklyn? Ja, kann man auch als Namen. Das ist ein Stadtteil. So, mit neuem Outfit, ne? Oberteil von Shein. Das ist diese tolle, wie heißt denn das? Der? Diese Waschung da. Die magst du, die T-Shirts, ne? Diese Waschung haben. Da hast du noch eins von. Und eine Shorty, die ist von H&M. Ich drehe mich einfach. Das ist ein sehr schickes Outfit. Und jetzt hast du noch T-Shirts, die du zeigen willst, ne? Ja. Man sieht dich nicht auf der Kamera. Jetzt wieder. Ja. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wieder die tolle Waschung, ne? Ich habe jetzt zu schlafen. Meinst du? Ja. Ja, ne? Gut geschlafen. Hast du gut geschlafen? Äh, nein. Ne? Warum nicht? Ich weiß nicht. Zu oft wach? Nö. Ja? Hast du nichts von mitbekommen? Ja, das ist auch sehr schick, das T-Shirt. Das ist auch ein Spon mit Herz. Genau. Und jetzt drehe ich mich mal. Und jetzt zeigen wir noch die anderen T-Shirts. Buh! Buh! So, wieder eins von Shein. Zeig das mal. Das ist total schick. Die sind ja, also diese Frauen mit den Sonnenbrillen, mit den Zöpfen. Die Mama hat dasselbe und meine Schwester auch. Genau, wir sind alle im Partnerlook. Aber da gibt es ganz viele von Shein. In allen möglichen Varianten. Ja, ich habe noch eins mit so langen, ballenden Haaren mit Blumen. Also ich finde die super schön, die T-Shirts. Ne? Kid Life steht da draußen für die Muttis. Es ist mit Mom Life. Mom? Ja, Mutterleben und Kinderleben. Ne? Was sagt ihr denn zu meiner einen tollen Regenbogen-Jagel? Ja, ne? Ein Kradigan. Schick. Und ein tolles T-Shirt. Alles von Shein, ne? Shorty plus Schmetterlings-T-Shirt. Ah! Guten Morgen! Jetzt nochmal ein Outfit von H&M. Genau. Einen Pink. Ja, aber nicht von H&M. Ein Jump Suite, ne? Ich habe das noch nicht hier. Genau, das ist ein langes. Aber das war nicht von H&M. Ich weiß nicht, woher das war. Das war von Aldi? Oder Lidl. Kann sein. Ich weiß es nicht genau. Von letztem Jahr, ne? Das ist mein neues Regenbogen-Brett. Wir sind jetzt gleich fertig. Genau, das ist das letzte Outfit, ne? Das ist das Outfit. Genau, das ist das letzte. Das ist auch echt schön. Das ist aber von Amazon. Das ist das einzige, das ist von einer anderen Shop. Nicht von Shein oder H&M. Das ist von Amazon. Aber auch mega schön. So, und Leute, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert uns gerne. Und einen Daumen hoch für dieses Video. Ihr könnt ja mal... Nicht runter. Ne, nicht runter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Was, aber ich wollte eigentlich... Ob jemand auch so ein Kleid hat oder auch so ein Outfit, ob jemand das selber hat. Oh. Die Größen, die Summer Tracks sind 128, 134, ne? Tschüss, abonniert unseren Kanal. Bis bald. Tschüss, bis bald. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.